Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Höffi Show. Heute habe ich traumhaftes exklusives Wellness-Erlebnis für Sie und zwar für zuhause, was ganz toll ist. Und das stelle ich Ihnen heute vor mit der Melanie. Hi Melanie. Hallo Claudia, ich freue mich, dass ich mit dabei bin. Ich habe dir mitgebracht den Sessel und den Hocker von der Serie Lian und das Ganze für den Aktionspreis von 399 Euro. Toller Preis. Was bringt denn Lian alles zu melden? Ja, du siehst in einem schönen Braun das Ganze und wir haben hier echtes Leder. Wenn du einmal anfällst, definitiv hier auch an dem Rückenbereich, Sinsfläche und auch hier in den Armlehnen. Superschön, also ganz weich, ganz samtig. Und du hast gesagt, es ist als Braun ausgezeichnet. Ich würde fast sagen, es ist so ein Taube-Ton, denn der ist im Moment richtig, richtig modern und angesagt. Ein leichter Grauanteil ist drin und es verstärkt diese matte Optik nochmal so ein bisschen, finde ich. Gefällt dir also. Du, finde ich richtig gut. Genau, wir haben gesagt, hier vorne ist es als echtes Leder. Hier bei dem Korpus, wenn wir, können wir auch direkt mal umdrehen, ja, ist es hochwertiges Kunstleder. Das ist ganz schön, also können Sie ganz flexibel überall positionieren. Und damit du das Wohlfühlerlebnis jetzt mal spürst. Ja, muss ich mal sagen, nimmst du doch mal Platz. Sehr gerne. Ich lege mal kurz die Füße hier drauf. Ja, gucke mal, können wir direkt den Hocker auch schon mal nutzen. Toll. Der ist ja auch mit dabei. Ja, definitiv. Richtig. Schön. Und auch noch eine Info, du merkst es vielleicht jetzt schon, von der Tiefe vom Sitz sind es 57 Zentimeter. Okay. Also richtig viel Platz für dich. Okay. Und sag mal, für wie viel Kilo ist der Sisse ausgelegt? Oh ja, auch eine gute Frage und zwar bis zu 100 Kilogramm. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, ob es wirklich stimmt. Komm mal her. Genau. Nimm mal. Aber krächzt und ächzt. Nein, tut der nicht. Nee, passt. Also sogar ein bisschen mehr als 100 Kilogramm. Also getestet, funktioniert. Sehr gut. Haben wir auch das geklärt. Und wenn du einfach noch mal nach vorne schaust, haben wir, darauf sind wir noch gar nicht eingegangen, hier einfach noch eine superschöne Holzoptik. Hier, einmal hier unten und auch bei dem Sessel natürlich. Ja. Gefällt es dir? Superschöne Farbe. Ja, finde ich auch. Es ist sehr warm und passt natürlich perfekt zu diesem braunen Taube-Ton. Genau. Und bringt noch ein bisschen Schwung in die Bude rein. Genau. Jetzt hast du mir aber gesagt, wir haben einen Relax-Sessel. Ich fühle mich tendenziell schon sehr relaxed, aber wenn ich dich kenne, gibt es da noch was? Definitiv. Schau mal, hier unten haben wir einmal diesen Knauf. Wenn ich den aufdrehe, müsstest du schon merken, dass du dich ein bisschen nach hinten lehnen kannst. Oh ja. Ach, toll. Ach, wie schön. Ach, schön. Melanie. Cool. Okay, dann komm einmal wieder vor. Ja. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt möchte ich aber gerade sitzen und Buch lesen oder so, dann drehst du einfach wieder zu. Okay. Und dann ist gut. Easy. Entspannt. Perfekt. So, und jetzt kommen wir noch zum absoluten Highlight. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Entspannungsmodus. Und zwar, ja, hier hast du die Möglichkeit, mit der Massagefunktion einfach mal zu sagen, okay, oberer Rücken, unterer Rücken oder den gesamten Rücken einfach mal richtig schön massieren zu lassen. Wow. Voll schön. Also auch richtig, eine richtig starke Massage ist das. Wow. Oh, jetzt geht es hoch. Oh, schön. Oh Gott, ist das schön. Komm, ich möchte. Okay, komm, rutsch hier rein. Okay, warte mal. Du kriegst die Massagefunktion und ich nutze hier die schöne Lehne. Also, liebe Zuschauer, Lian ist wirklich ein ganz, ganz toller Relax-Sessel mit Hocker für 399 Euro. Wirklich ein toller Preis. Und Sie können Lian natürlich bei uns im Möbelhaus Höfner kaufen, bestellen und Sie können natürlich auch die Hotline anrufen oder ganz entspannt von zu Hause über das Internet. Lässt sich Lian natürlich auch bestellen. Und er ist schön und er ist total entspannt. Und sollten Sie Lian bestellen und sollte er bei Ihnen zu Hause stehen, machen Sie jetzt genau das, was ich jetzt mache. Einfach Augen zu und relaxen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.